Hallo Leute, wir haben hier in der Perlmuttlackierung einen starken Kratzer mit einer Lackbeschädigung schon in dem Bereich. Wir müssen an diesem Leasingfahrzeug diesen Kratzer so gut es geht entfernen. Ansonsten steht hier für diese Tür und das Drumherum eine Komplettlackierung an. So, ich hoffe man kann den Kratzer so sehen. Machen wir mal ein Lichtspiel hier gerade. So, ich beginne mal gleich mit der Arbeit. Wie gesagt, die Stelle werde ich nicht wegbekommen. Ich bin mal gespannt was ich hier gleich produzieren kann. Dafür habe ich jetzt hier eine Paste genommen. So. So. Ja, das ging Ast rein. Also ich bin echt überrascht. Ja, wie vorher gesagt, das Ding bleibt da drin. Wenn wir das jetzt hier tupfen würden, dann würde man das sehen. Ich zeige euch das mal auch. Ist eigentlich unnötig. Ich nehme jetzt da mal einfach nur einen Weißton. Da fällt voll auf. Brauchen wir nicht. Soweit Auftrag erledigt. So und wer das lernen möchte, so Kratzerentfernung, dem bringen wir die spezielle Lackaufbereitung bei. Nähere Informationen bekommt ihr auf unserer Internetseite. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.